Was ist der Freiberufler, der Veränderungsprozesse begleitet? Und die Landwirtschaft, die ich mir wünsche, ist, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen darf, das ist eine Landwirtschaft, die auf jeder Ebene Lebendigkeit und das Leben fördert, die durch und durch gesund ist und zwar für alle, für den Landwirten genauso wie für den Konsumenten und für die Natur. Und ich wünsche mir natürlich am Ende eine giftfreie Landwirtschaft. Ich wünsche mir eine Landwirtschaft, die eine ansprechend gestaltete Landschaft zurücklässt, die nur Raum bietet für Insekten, Vögel, Hasen und so weiter. Ich wünsche mir eine Landwirtschaft, die gesunde Böden erzeugt, die letztlich Humus aufbaut, sodass die Lebensmittel wirklich gesund werden. Ich wünsche mir eine Landwirtschaft, die ohne diese enormen Importe von Futtermitteln aus anderen Ländern auskommt. Und ja, es gibt wahrscheinlich noch mehr zu sagen. Ich will es aber mal dabei belassen und denke aber, unsere Landwirtschaft muss ganz grundsätzlich anders werden oder sich deutlich weiterentwickeln gegenüber dem, was wir heute haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.